Liebe Praxisteams, wir möchten Sie ganz herzlich einladen, an unseren digitalen Hausärztetagen vom 27. bis 30. Oktober 2021 teilzunehmen. Für das gesamte Team ist etwas dabei. Es finden Seminare zu verschiedenen Gesundheitsthemen statt, wie zum Beispiel der Geriatrie, PAVK und DMP. Sie können auch an Seminaren zur IBM-Abrechnung und zur allgemeinen Bürokratie in der Praxis teilnehmen. Und natürlich geht es während der Hausärztetage auch rund um die HZV. Wir bieten zum Beispiel individuelle Praxisberatungen an. Dabei haben wir die Möglichkeit, spezifisch auf Ihre Fragen einzugehen und mögliche Probleme bei der Umsetzung der HZV zu besprechen. Außerdem finden Online-Schulungen zur Umsetzung der HZV und zur Optimierung der Abrechnung statt. Das vielfältige Programm können Sie sich auf unserer Homepage anschauen. Und vielleicht treffen wir uns ja digital bei einer Veranstaltung wieder. Bis dahin, herzliche Grüße.